So, ich komme gerade vom Geschäft. Jetzt gehe ich geschwinde auf Post. Ich bin nicht mehr zum Wäscher gekommen daheim. Seht ihr mal, wie ich aussehe. Ich habe versprochen, dass wenn ich will, ein Fan von mir aus Österreich, der schicke auch den Kram, das mache ich jetzt. Ich gehe daheim, da wird duscht, gebadet, gegessen und da wird ins Gym gegangen und trainiert. Also, wenn man acht Stunden am Band statt, tonnerweise Stahl hebt und schleifen muss, dann trotz Schutzmaske, weil der feine Dreck oder halt der Dreck auch durchgott, dann hat man immer so ein raberschwarzes Gesicht, gell. Ja, kommen wir da hinein und bringen das Autogramm auf Post. Das machen wir Anna, ihr Autogramm hat, freit sich bestimmt. Und, äh, ich baue halt einen Youtube-Kanal immer auf. Das gibt mir immer frische Kraft, anderen zu helfen. Wenn dann, mal Kunst zu zeugen und das gibt mir auch einen Lebenssinn, dass ich im Leben weitermache. Ich habe einen Gefehl in der Garten verstanden. Ich werde mal Kunst niedermachen, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, und ich denke, dass ich doch viel Wissenswertes vermittelt, dass ich viel Erfahrung habe, dass ich schon alles richtig mache, nach was angeht, sonst würde ich auch von den Gegnern angegriffen waren, schon Bruce Lee hat gesagt. Nur wer dabei hat, wird angegriffen. Und ich denke mal, ich werde mehrere Klips drehen noch. Das ist noch etwas喜欢. Und ich bin so natürlich nicht immer